Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Sofort eingreifen. Die Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälters abhalten. Vom Feind kontrolliertes... Sofort verlassen. Du bist aufgeflogen. Nur noch ein Gegner war ich. Höh? Willkommen in der Welt der Schmerzen. Fuck Double Down! Mann, wo ist denn der Bandit schon wieder hin, ey? Fuck you! Ist schon noch einer? Ich glaube, ja. Ja, pass auf, da ist noch einer. Ja. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Vorbeim 1. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Sofort eingreifen. 5 Sekunden noch. Ein Gegner verbleiben. Eigener Trupp siegreich. Wart ist hier. Der Gegner versucht nicht mehr die Bio-Gefahrgut-Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgut-Behälter. Bis ich helfe es dir gleich. Vorbeim. Ich habe Bug. Ein Gegner verbleibt. Ist umkämpft, ne? Der andere ist noch drinne. On Ping. Wo sind wir? Guck mal. Aus der Deckung heraus. Blackbead ist das. Blackbead, Achtung. Steht in der Ecke. Ne, dann lass. Ja, ja. Ich meine, ich habe aber kein C4 mehr, ne? Wie viel hast du denn? Du hast volles Leben. Ich habe volles Leben, ja. Steht voll in der Ecke. Steht voll in der Ecke. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgut-Behälter. Sofort eingreifen. Mein Kämpfer des eigenen Stuttgart. Wir haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingeschleift. Fick dich mal an, Alter. Ich brauche, ich alle Gegner hin. Ich brauche, ich alle gegneren. Wechselmagazine. Eine hängt da unten am Fenster. Ich weiß nicht, der muss vorne irgendwie reinkommen sein. Find ich nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Nein. sauber jungen das genau in dem raum habe ich ja einer ist vom balkon reingekommen die drohen na ja zehn sekunden ich hab ihn what the fuck es wird schon aus hinten ein einzelnen fenster ja ach der war da und ich hab fused aber die wissen jetzt 100 pro dass ich hier oben bin ok die haben gerade so ein jackdiff ausgedroht die sind wieder runter ein bisschen vorbereitung wenn ich richtig ich hab ihn verletzt ich hab ihn verletzt weiter um zu kurz auf den Gefahrgutbehälter letzter verbleibende Operator des eigenen Drucks Gefahrgutbehälter zu unterbrochen die Feinde aushalten er hat sich an oh shit da oben war man hey what a rush nur noch 10 sekunden wir wollten ja spawnschleppen spawnschleppen Du schaust den Neo-Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Spawnschnepp genug? So muss es sein, ne? Das bleibt noch einer gleich. Der letzte oben? Mhm, ja ja. Der hat mich gesucht. Der lässt sich da runter, oder? Nee, eher hoch, glaub ich. Herzflachsensor aktiviert. Ja, der lässt sich da runter. Ich glaub Hex kommt rein, also wie ich den weggeholt hab. Boah, nice. So. Jo. Nur noch ein Gegner übrig. Boah, ich liebe das Defensernackseinschiff. Ich steckert draußen. Kabin. Ja, nein. Basta, fick dich, man. Ja, nein, nein, nein. Basta, ich war andersweise im Haus, ey. Mit von mir da? Ah doch, ja. Ausnahmsweise Glass. Ausnahmsweise Glass hat's ins Haus geschafft. Bis zum nächsten Mal. Sini! Däu! videon! Untertitelung des ZDF, 2020